Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Prozent der Deutschen besitzt 36 Prozent des Vermögens, Tendenz steigend. Den Lebensstil der Unterschicht ermöglicht die Hilfsindustrie, die größte Branche der deutschen Volkswirtschaft. Das Bankenwesen ist der Kontrolle entzogen und nicht transparent. Der Staat ist machtlos und kapituliert. Mittendrin die Mittelschicht. Sie zahlt für beide, ist der Rettungsschirm in jeder Bankenkrise und zahlt fleißig an den Sozialstaat. Deutschland ist im Wandel, die Asozialen regieren und ruinieren das Land. Wie konnte es soweit kommen und wie kommen wir da wieder raus? Dieses brisante Debattenbuch gibt Antworten. Die Asozialen von Walter Wöhlenweber. In der kommenden Viertelstunde geht es in unserem Ausblick um eine spezielle Wirtschaftsbranche, die Wohlfahrtsindustrie. Einer, der sich im Thema auskennt, ist der Journalist und Buchautor Walter Wöhlenweber. Er rechnet vor, dass all die Hilfsprojekte für Arbeitslose, Schüler, Schuldner und Obdachlose schätzungsweise zwei Millionen Menschen beschäftigen. Über den Boom dieser Hilfsindustrie spricht Gerd Denel aus der Inforadio Wirtschaftsredaktion mit Walter Wöhlenweber. Herr Wöhlenweber, lassen Sie uns ein Stück zurückgehen. Sie sind zu Beginn der 90er Jahre über die ostdeutschen Dörfer gefahren und haben sich ABM-Projekte angeschaut. Also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für all die neuen Arbeitslosen, die vorher in volkseigenen Betrieben oder in der LPG beschäftigt waren. Erinnern Sie sich noch an besondere Beispiele solcher ABM? Ja, also ich erinnere mich, dass man mit dem Auto über Straßen fuhr, wo die Schlaglöcher ganz furchtbar waren. Aber die Gehwege sahen aus wie aus schöner Wohnen. Wunderbar gemacht. Und dann hatte man auch Buswartehäuschen, die genauso wunderschön aussahen. Und dann hat man sich gefragt, wie kommt das zustande? Das war durch eine Misssteuerung, weil nämlich die ABM-Gelder durften nicht für die Pflichtausgaben des Staates ausgegeben werden. Also nicht für die Straßen, aber für alles, was irgendwie eine Kannleistung ist. Zum Beispiel die Buswartehäuschen durften, die ausgegeben werden. So waren manche Buswartehäuschen, wurden besonders intensiv genutzt, weil der Bus abgeschafft wurde. Das heißt, die Pflichtaufgabe Bus gab es nicht mehr. Nahverkehr musste eingespart werden. Aber die Buswartehäuschen, die wurden gemacht, weil die von ABM-Kräften gebaut wurden. Seit 1991 sind im Schnitt 24 Milliarden pro Jahr für Arbeitslosenhilfe ausgegeben worden, für solche Maßnahmen, von denen manche hoffentlich auch in Ordnung gewesen sind. Nun reden wir, wenn wir von der Wohlfahrtsindustrie sprechen, aber von mehr als nur Arbeitslosenhilfe. Bei Ihren Sozialreportagen haben Sie viel davon kennengelernt. Können Sie die Dimensionen dieses gesamten Feldes einschätzen? Also ich glaube, das ist gut, dass wir über diese ABM-Maßnahmen eingestiegen sind, weil das der Anfang war von etwas, was riesengroß geworden ist, was den meisten Menschen gar nicht wirklich bewusst ist. Helfen ist in unserem Sozialstaat eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen, die Hilfe brauchen, haben ein Recht auf Hilfe. Das heißt, die müssen nicht Bitte und Danke sagen. Das bedeutet, dass das natürlich auch ein großer Bereich ist. Aber die Anbieter von Hilfe, die beschäftigen mittlerweile insgesamt deutlich über zwei Millionen Beschäftigt in Deutschland. Zum Vergleich, die Automobilindustrie in Deutschland beschäftigt 700.000 Menschen. Da ist die Zulieferindustrie schon mitgerechnet. Das heißt, die Hilfsbranche ist fast dreimal so groß wie die Automobilindustrie. Sie ist so groß wie die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Stahlindustrie, der Bergbau, die Fischereiwirtschaft, ich weiß nicht, wie viele andere Branchen man da noch dazu zählen kann. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, dann sieht man, die Hilfsindustrie ist bei weitem die größte Branche der deutschen Volkswirtschaft. Deutschlands größtes Unternehmen nach der Beschäftigtenzahl heißt also nicht Volkswagen oder Bahn? Nein, das ist die Caritas. Die Caritas beschäftigt deutlich über eine halbe Million Menschen. Das zweitgrößte Unternehmen ist das Diakonische Werk, auch etwa in dieser Größenordnung. Und dann kommen unter den größten Unternehmen auch schon bald die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Wohlfahrtsverband. Und das sind die Big Player auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Was auffällt auf der Suche nach Bilanzdaten aus der Branche, also Umsätze, Gewinne, sind fast nur Schätzungen zu finden. Was soll denn diese Intransparenz? Die Ursache dafür ist, dass der Sozialstaat und alle soziale Dienstleistungen in Deutschland Aufgabe der Kommunen sind. Und die Kommunen haben das verfassungsmäßige Recht der kommunalen Selbstverwaltung. So macht jede Kommune das anders. Das heißt, sie können keine Kommune mit einer anderen vergleichen. Und so kriegen sie auch keine richtigen Zahlen. Wer gibt eigentlich für was wie viel Geld aus? Häufig ist es so, dass das in den meisten Kommunen, oder ich kenne jedenfalls keine Kommune, in der Ausgaben für soziale Dienstleistungen, also nicht Transfergelder, sondern Ausgaben für soziale Dienstleistungen, in denen das überhaupt ein Punkt in ihrem Budget ist. Und deswegen kann man das nicht richtig zusammenzählen. Ich habe das aber mal versucht und habe mir da Hilfe von Wissenschaftlern, von Volkswirten und von Menschen, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennen, gesucht. Und wir sind dann zu einer Schätzung gekommen, die bislang von niemandem angezweifelt wurde. Und diese Schätzung sagt, dass in etwa zwischen 115 und 140 Milliarden Euro jedes Jahr in die Kassen der Hilfsunternehmen wandert. Das ist jeder sechste, vielleicht sogar jeder fünfte Steuereuro. Die Hilfsindustrie insgesamt boomt, die Umsätze steigen. Die Beschäftigtenzahlen gehen stetig nach oben, viel stärker als in jeder anderen Branche. Und das dürfte ungebrochen weitergehen. Stichwort einfach mal nur Pflegenotstand. Brauchen wir Deutschen ständig mehr Hilfe? Ich bin schon auch der Meinung, dass die Hilfsbedürftigkeit in Deutschland in den letzten Jahren gewachsen ist. Nur wenn wir sehen, die Hilfsindustrie wächst ungefähr siebenmal so schnell wie der Durchschnitt der Wirtschaft. Sie wächst deutlich schneller als die IT-Branche. Und da frage ich mich schon, ist das tatsächlich das Bild unserer Gesellschaft, dass Hilfe die größte Branche der Volkswirtschaft sein muss und dass die Hilfsbedürftigkeit im reichsten Deutschland, das es je gab, siebenmal so schnell wächst wie die normale Wirtschaft. Und da habe ich doch starke Zweifel. Berlin diskutierte jüngst über Sozialarbeiter an Schulen. Da konnte der Eindruck entstehen, in der Kinder- und Jugendhilfe wird ständig gespart. Ist das richtig? Nein. Das Bild, was immer verbreitet wird von Not und Elend, wenn es um Hilfe geht, das ist völlig falsch. Mein Symbol für Hilfe und die Hilfsbranche in Deutschland ist der Reiterhof. Deutschland ist nämlich das Zentrum, das weltweit sogar einzige Zentrum der Reittherapie. In anderen Ländern gibt es so etwas nicht. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, dass es über 150 davon mittlerweile in Deutschland gibt. Und es werden permanent mehr. Auf diesen Reiterhöfen, da gibt es natürlich irgendwie meistens zwischen 15 und 20 Pferden. Ich war da schon auf einigen. Da gibt es Pferdepfleger. Das ist, kann man sich vorstellen, sehr teuer. Jetzt fragt man sich, warum haben die Arbeiterwohlfahrt oder der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Caritas, warum unterhalten die Reiterhöfe? Wenn man dort mal ist und sich das anschaut, hat man auch das Gefühl, das ist auch nett, wenn Behinderte reiten können. Das gönne ich denen auch. Die Frage ist nur, hilft es ihnen? Und da hat es jetzt mehrere große wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit der sogenannten Hippotherapie gegeben. Und immer ist das gleiche Ergebnis gewesen, ein therapeutischer Erfolg ist nicht feststellbar. Tragisch genug. Wer leistet denn diese Hilfe? Wer organisiert sie? Das staatliche Jugendamt? Die Reittherapie könnte ja auch die Krankenkasse bezahlen. Die Krankenkasse darf sie aber nicht bezahlen, weil für die Krankenkasse wichtig ist, dass wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Hilfe hilft. Das ist in diesem Fall nachgewiesen, dass sie nicht hilft. Also kann die Krankenkasse nicht bezahlen. Das Sozialamt und das Jugendamt, die dürfen das bezahlen. Hilfe und Hilfsleistungen, die werden von den Kommunen finanziert und jede Kommune kann das selbst entscheiden. Sogar jedes Sozialamt kann selbst entscheiden und jedes Jugendamt, zahlen wir diese Hilfe oder nicht. Und häufig ist es sogar so, dass jeder einzelne Mitarbeiter im Jugendamt selbst entscheiden kann, zahle ich für dieses Kind jetzt eine Reittherapie oder nicht. Unabhängig davon, ob der Nutzen irgendwie nachgewiesen ist. Da höre ich raus, das Amt zahlt für die Hilfe, führt sie aber selbst nicht durch. Das machen dann andere. Ja, eine ganz wesentliche Frage, wenn wir von Hilfsindustrie sprechen, ist, der Staat finanziert die Hilfe, er leistet sie aber nicht selbst. Das heißt, genauso wie der Staat die Straßen nicht selbst baut, sondern dafür Dienstleister beauftragt, beauftragt er auch für alle Formen der Hilfen Dienstleister. Und diese Dienstleister, das sind Unternehmen, ganz häufig gemeinnützige Unternehmen oder gemeinnützige Vereine, aber dennoch Unternehmen. Und diese Unternehmen bekommen für ihre Hilfe ein Honorar. Das ist auch richtig so. Warum sollen die Helfer, häufig sehr gut ausgebildete Helfer, warum sollen die kostenlos arbeiten? Und von diesem Honorar leben diese Hilfsunternehmen. Vis-a-vis mit Buchautor Walter Wöhlen-Weber über die Wohlfahrtsindustrie. Der Sozialstaat ist Staatsziel vom Grundgesetz mit Ewigkeitsgarantie maximal geschützt. Wer sie nötig hat, muss Hilfe bekommen. Sie haben das gesagt. Wenn aber der Staat sie nicht leistet, sondern private Träger, sind denn die Interessen nicht unterschiedlich? Der Gesellschaft müsste ja daran gelegen sein, dass die Hilfe im besten Fall am Ende überflüssig wird. Dem professionellen Helfer geht dann aber sein Geschäftsfeld verloren. Gibt er den Auftrag zurück und erklärt, das Problem ist gelöst? Genau das habe ich häufig festgestellt. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man sich das Jugendamt anschaut. Dort haben mir viele Sozialarbeiter erzählt, wie das bei ihnen so läuft. Das heißt, der normale Fall beim Jugendamt ist, jemand meldet dem Jugendamt, es gibt Probleme bei Familie Müller. Dann schickt das Jugendamt einen eigenen Mitarbeiter, der beschäftigt ist beim Jugendamt, schaut bei Familie Müller nach und sagt, ja, hier sollte tatsächlich jemand helfen. Aber der, der dann die Familienhilfe, so wird das genannt, leistet, das ist dann ein Dienstleister. Der Mensch von dem Dienstleister kriegt in der Regel den Auftrag für ein halbes Jahr, jede Woche dreimal eine Stunde zu dieser Familie hinzugehen. Sagen wir, dieser Helfer kommt von dem Verein Regenbogen e.V. Und der ist dann nach drei Wochen Hilfe in dieser Familie, stellt er fest, der gewalttätige Freund der Frau Müller, der die Kinder geschlagen hat, der ist zum Glück weg, der ist weitergezogen. Und eigentlich ist das Problem damit gelöst. Eigentlich bräuchte nämlich nicht. Und nun haben mir die Mitarbeiter erzählt, natürlich geben wir dann den Auftrag nicht zurück. Im Gegenteil, viele haben von ihrem Arbeitgeber ein Verbot, solche Aufträge zurückzugeben. Sie haben den ganz klaren Auftrag vom Arbeitgeber, einen Kunden, den wir einmal haben, den geben wir nicht zurück. Nämlich nach einem halben Jahr, wenn die Maßnahme zu Ende ist, dann gibt es ein sogenanntes Hilfeplangespräch. Da kommt dann der Mitarbeiter des Jugendamtes, trifft sich mit dem Sozialarbeiter von Regenbogen e.V. und der Familie. Jetzt sagt der Sozialarbeiter von Regenbogen e.V., der die Familie kennt, der vom Jugendamt kennt sie ja nicht, der sagt, ah, ich habe kein gutes Gefühl, wenn wir die Maßnahme jetzt schon abbrechen, wir sollten die weitermachen. Der Jugendamtsmitarbeiter, der wie gesagt die Familie dann zum zweiten Mal innerhalb des halben Jahres erst sieht, der kann das gar nicht beurteilen. Wenn der jetzt die Maßnahme aufkündigt und es passiert doch etwas in der Familie, dann hat der ein großes Problem. Deswegen wird er immer auf den Sozialarbeiter hören und deswegen hat der Sozialarbeiter immer die Möglichkeit, eine einmal begonnene Maßnahme so lange hinaus zu zögern, wie er es selbst für richtig hält. Da kann man sich des Eindrucks irgendwie nicht erwehren. Für die Ämter ist das auch äußerst praktisch. Der Staat hat die Probleme vom Hals, wenn andere sich kümmern. Nein, für die Ämter ist das nicht unproblematisch. Die Ämter haben dann natürlich ein Problem, woher kommt das Geld? Und deswegen gibt es immer mehr eine Verschiebung des Geldes von anderen Etats zum Sozialetat, weil die Kommune hat überhaupt keine Chance, Hilfsleistungen zu begrenzen oder ihre Ausgaben für Hilfsunternehmen in irgendeiner Weise zu steuern, weil sie ist von dem abhängig, was da passiert. Lässt sich dem irgendwie begegnen? Wir reden hier von einem Sektor, der zwei Millionen Beschäftigte hat, schätzungsweise. Was tun, damit nicht immer mehr zum Beispiel Jugendlichen eine Lernbehinderung attestiert wird, weil das Geschäft verspricht? Man hat ja dann sofort den Reflex und sagt, ja, warum macht die Politik denn da nichts? Aber die Politik ist natürlich in diesem Bereich massiv beteiligt. Ich habe mal beim letzten Bundestag mir die Mühe gemacht und habe mir alle sämtliche Abgeordneten angeschaut, welche Verbindungen die zu der Hilfsindustrie haben. Und es stellte sich heraus, dass 35 Prozent aller Bundestagsabgeordneten eine Leitungsfunktion, also nicht Mitgliedschaft, sondern eine Leitungsfunktion in einem Hilfsunternehmen haben. Das ist für die nämlich ganz häufig ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer politischen Heimat, ihrer Hausmacht. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei der SPD schaut, SPD-Bundestagsabgeordnete sind ganz häufig in ihrem Wahlkreis Vorsitzende der AWO oder haben eine Leitungsfunktion in der Arbeiterwohlfahrt. Für CDU-Abgeordnete ist das eher die Caritas. So sind ganz viele, wie gesagt, im letzten Bundestag, für den neuen habe ich das noch nicht gemacht, im letzten Bundestag waren 35 Prozent der Bundestagsabgeordneten Manager eines Hilfsunternehmens. Das heißt, das war die größte Fraktion des Deutschen Bundestages. Nützt dieses System denn wenigstens, also das staatliche Zahlen und das privatwirtschaftliche Fördern, kommen Jugendliche mit Lernbehinderung zum Beispiel nach den Maßnahmen besser klar? Das ist eigentlich meine Hauptkritik an diesem System. Wenn es nur Geldverschwendung wäre, das würde mich persönlich jetzt nicht so sehr beschweren. Aber ganz häufig hilft es nicht nur, man denkt dann immer viel Hilfe hilft viel und genau das stimmt nicht. Ich war in vielen Familien, in denen nicht ein, sondern vier, fünf oder sechs verschiedene Sozialarbeiter von unterschiedlichen Trägern völlig unkoordiniert vor sich hingeholfen haben, was der Familie dann am Schluss natürlich überhaupt nicht geholfen hat, sodass wir sehen, diese viele Hilfe hilft den Familien ganz häufig nicht. Natürlich ist ein Sozialarbeiter, der nicht das Ziel hat, sich selbst überflüssig zu machen, sondern der das Ziel hat, dass er in zwei, drei, vier, fünf Jahren seine Klienten immer noch weiter betreuen kann, der hilft denen natürlich nicht auf eine richtige Art und Weise. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn wir uns zum Beispiel behinderte Kinder anschauen, Deutschland macht ja jetzt endlich versucht, die inklusive Schule zu machen, Inklusion. Bisher, oder das ist immer noch so, sind die aller, aller, allermeisten Kinder, man nennt die Kinder mit besonderem Förderbedarf, in besonderen Förderschulen. Aber wenn man sich genau anschaut, was ist denn das Ergebnis dieser Förderschulen, dann muss man einfach feststellen, über 90 Prozent der Kinder, die in einer Förderschule waren, schaffen den Hauptschulabschluss nicht. Das heißt, sie haben keine Chance später auf eine Berufsausbildung, sie haben keine Chance auf ein selbstständiges Leben. Und ich habe mal mit einem Vorsitzenden einer Behinderten-Selbstorganisation gesprochen. Der hat das ganz bitter gesagt. Der hat gesagt, wir sind alle Werkstücke, lebenslange Werkstücke der Hilfsmafia. Er hat die richtig Hilfsmafia genannt. Und der hat mir erklärt, wenn man einmal als Kind in der Förderschule war und dann keinen Abschluss hat, dann ist das Nächste, ist dann das betreute Wohnen, die Behindertenwerkstatt und dann kommt irgendwann das Behinderten-Altenheim. Das heißt, man ist lebenslang Kunde der Hilfsindustrie. Haben Sie irgendwo im Koalitionsvertrag eine Passage entdeckt, die auf diese Probleme abheben würde, auf die Zukunftsfähigkeit der Hilfsindustrie? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, dass die Politik dieses Thema bislang, jedenfalls die Bundespolitik, noch nicht erkannt hat. In den Rathäusern und in den Kommunen, da ist das Problem sehr wohl bekannt und da wird auch versucht gegenzusteuern, aber im Bund überhaupt nicht. Und wie gesagt, die Bundestagsabgeordneten sind ja in einer wirklich großen Zahl Beteiligte an diesem System. Herr Wüllenweber, herzlichen Dank. Ich danke. Das war der Journalist und Buchautor Walter Wüllenweber im Gespräch mit Inforadio-Wirtschaftsredakteur Gerd Denel über die Hilfsindustrie. Inforadio-Wirtschaftsredakteur Gerd Denel über die Hilfsindustrie. Inforadio-Wirtschaftsredakteur Gerd Denelburgrin Untertitelung des ZDF für funk, 2017